ja liebe leute herzlich willkommen zum letzten event in dieser woche mit dem aus schweden wir sind wir wieder im pärmland unterwegs also da wo ich am liebsten habe nämlich höre im kalten schnee gut schauen wir mal aber diesmal auf die reihe bekommen hätten noch eine wertung zu werden tatsächlich aber tatsächlich alle abgearbeitet wir starten mit 6,07 kilometer nach 105 meter höhe und festgefahrenem schnee heute morgens um 6.15 und aber nebel ja wir stehen im service bereich wollen also natürlich noch einen zweiten satz reifen mitnehmen also bis wir noch ein ersatzrad mitnehmen für den fall dass es da so ein kleines mal lieber passiert wie in der erstwertungsprüfung der von gestern dort haben wir denn 10 sekunden weniger angesammelter strafe ich hoffe dass wir dieses mal keinen platten haben dann sonst wird's doof ansonsten fahren wir durch eine sauberwertungsprüfung gott die ist das ist immer so das zwinglein an der waage ja 13 mal die schätze zwischenzeit das sollte machbar sein genauso wie die genauso wie die für fahrzeugwerke und platzen 9 sollte durchaus auch machbar sein wir starten direkt als erstes wir tun unser fahrzeug wir nehmen so quasi den zweiten mit tuning alles andere brauchen wir nicht und dann gehen wir rein so auf geht's netzte wertungsprüfung letztes event heute erster von 5 6 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 Links 4, in rechts 5, durch Senke, in links 4, über Kuppel, links 5, rechts 5, links halten, über Kuppel, links 6, durch Senke, in Kuppel, Flachsprung 60, links 6, durch Senke, in rechts 5, über Welle, in links 6, links 4, über Welle, rechts 3, über Welle, in rechts 4, langen, durch Senke, links 5, über Welle, rechts 4, In links 4, durchsenke. Achtung, rechts 3, durchsenke. Achtung, links 4, überwurren. Rechts 3, durchsenke. Mach zu, 2, Kuppe. Links 4, überwurren. 80. Rechts 4, Kuppe. Links 3, nach überwurren. In Kuppe. Sprung. 60, überwurren. Das habe ich auch was. Das finde ich jetzt auch bedeutet, dass wir so schnell wie möglich gearbeitet haben. Oh, ein kleiner. Rechts 4, links 6, überwurren. Links 4, durchsenke. In links 3, überwurren. Rechts 4, überwurren. Links 6, durchsenke. Überwurren. In links 6, links 3, durchsenke. Durchsenke. Links halten, überwurren. Sprung. Rausstelle in rechts 4, durchsenke. In links 4. Achtung, links 4, überwurren. Rechts 3, durchsenke. Mach zu, 2, Kuppe. Stein, aus. Links 4, überwurren. Runde. Rechts 4, überwurren. Links 2, macht auf. Durchsenke. Kuppe, senke. Rechts 4, überwurren. Rechts 6, links 6, senke. 80, Kuppe. Rechts 6, rechts 4, überwurren. In links 4, durchsenke. Achtung, rechts 3, durchsenke. Rechts 6, links 6, senke. Achtung, 80, Kuppe. Rechts 6, 100. Mit dich halten, überwurren. Sprung, 60. Kuppe, 60. Rechts 6, in links 5, überwurren. Ich bin ein bisschen bewusst, jetzt bist du langsam gefahren, weil ich nicht wusste, aus dem Center kommen. Durchsenke. Rechts 4, überwurren. In links 5, durchsenke. Und Achtung, rechts 4, rechts halten, überwurren. Sprung. Links 3, durchsenke. Kuppe. Rechts 3, durchsenke. Kuppe. Links 2, lang. Durchsenke. Rechts 4, überwurren. Rechts 4, rechts 4, in links 4, durchsenke. Achtung, rechts 3, durchsenke. Rechts 5, überwurren. Links 4, lang. Durchsenke. In links 3, überwurren. Rechts 4, überwurren. Rechts 4. In offene Kehr, links. In rechts München. In links 6, lang 60. Links 4, in rechts 2. Lang, überwurren. Kuppe. Bis Ziel. Okay, bring es zum Marschall. So, die erste Zwischenzeit haben wir. Tolles Ergebnis. Das war unschlagbar. Als ob. Und da war unschlagbar. Ciao. So. so so, der zweite Abschnitt noch nur eine, okay die nächste ist jetzt noch relativ kurz danach haben wir noch 10 Kilometer und dann haben wir zwei wieder kürzere, also eine Lange ist immer dabei, meistens daher 2 von 5 aber ich wunderte echt, dass wir so schnell durchs wahrnehmen in den, na Quatsch eben also für mich eben, ich zieh die ja komplett in einem Rutsch durch ich zieh ja meistens die komplette Woche in einem Rutsch durch gut, diesmal waren es nur 3 Wärtungsprüfungen, das ist jetzt die dritte, die ich jetzt heute aufnehme, daher passt das auch wir haben noch keine Zeitstrafe wir haben keine saubere Wärtungsprüfung okay, ich dachte wir hätten die sauber gefahren okay, dann müssen wir noch eine saubere fahren, also alles andere sind wir momentan voll auf soll laut dem Marshall sollte das ein reibungsloses Rennen werden einfach konzentrieren 5, 4, 3, 2, 1, los rechts 5, welle, 60 rechts 6, überwägen in links 5, lang überwägen dann versuche ich jetzt mal hier ein bisschen vorsichtiger zu fahren rechts 6, 60 links 5, 60 rechts 3, durchsäcke in links 5 rechts 6 80, überwägen links 5, lang überwägen links halten, überwägen rechts 6, überwägen 60, links 6 Kuppe, 80, senke rechts 6, links 6 Kuppe, vielleicht sprung in rechts 6 links 5 links 5 rechts 5 Achtung, links halten, überwägen Sprung, links 4 in rechts 5 durchsäcke in links 4 überwägen links 4 in Kehr rechts in links 5, 60 rechts 5, 60 rechts 6 links 6 senke 80 Kuppe rechts 6 links 4 in rechts 2 lang überwägen Kuppe links 3 durchsäcke Kuppe rechts 3 durchsäcke links 3 durchsäcke Kuppe rechts 3 durchsäcke Kuppe links 2 lang überwägen rechts 4 150 Achtung, langsam Kuppe Sprung in rechts 4 lang überwägen Ja, das ist jetzt ein bisschen aufpassen jetzt Kuppe links 4 60 durchsäcke links 4 durchsäcke links 4 in links 4 rechts 4 Kuppe links 3 lang überwägen in Kuppe Sprung 60 überwägen 60 rechts 4 überwägen links 4 lang überwägen durchsäcke Kuppe senken rechts 4 überwägen rechts 4 überwägen links 5 durchsäcke und Achtung rechts 4 rechts 2 überwägen Sprung links 4 überwägen rechts 3 überwägen in rechts 4 lang durchsäcke links 5 überwägen rechts 5 überwägen links 4 ich hoffe wir können das klicken und sauber hier links 3 überwägen rechts 4 überwägen links 5 hin 60 überwägen rechts 6 links 6 60 links 4 hin rechts 2 lang überwägen so letzten Meter hin und hin so Dass wir die saubere Weitersprüfung haben. Die nächste ist 10 Kilometer lang. Also die ist jetzt nochmal, ja, etwas mehr als doppelt so lang wie diese hier. Naja, gucken wir mal. So, Abschnitt Nummer 3 ist jetzt gleich schon dran. Also das heißt, noch drei Abschnitte. Die eine lange und zwei etwas kürzere. Dann haben wir das Thema Dirt für diese Woche auch abgearbeitet. Ist ja quasi schon die letzte Weitersprüfung für heute. Wir haben ja noch keine Saubere. Also ich bin doch nicht ganz so schlecht gefahren. Aber wir dürfen echt gar nicht irgendwo mal einen kleinen Quersteller drin haben oder so. Naja, zwei Weitersprüfungen müssen wir noch fahren. Heute scheint alles nach Platz zu laufen. Na gut. Acht Minuten, okay. 5, 4, 3, 2, 1, los. In rechts 5, überwenden. In links 6. Links 6, überwenden. Rechts 5, klack. 80, überwenden. Links 6. Rechts 6. In links 5, überwenden. In rechts 6, durchsenke. Links 4. In rechts 2. Lauf, überwenden. Kuppe. Links 3, durchsenke. Kuppe. Rechts 3, durchsenke. Links 3, durchsenke. Links halten, überwenden. Sprung. In rechts 4, durchsenke. In links 4. Rechts 4, in links 4, durchsenke. Achtung, rechts 3, durchsenke. Achtung, links 4, überwenden. Rechts 3, durchsenke. Macht zu, 2, Kuppe. Links 4, überwenden. 80. Rechts 6. 80, überwenden. Links 5, lang. Links halten, überwenden. Rechts 6, überwenden. 60, rechts 6. 90 Grad links, lang. In links 4. In rechts 5. Links 4, überwenden. Rechts 3, überwenden. In rechts 4, lang. Durchsenke. Links 5, überwenden. Brunnen 15, Achtung, langsam. Kuppe, Sprung. In rechts 4, lang. Überwenden. Kuppe, links 4, 80. Hey, hey, hey. Rechts 4, überwenden. Ich hoffe, dass er sich hier kriegt, mal mit dem Sauberfahren. Links 2, macht auf. Durchsenke. Kuppe, senke. Rechts 4, überwenden. Rechts 4, Kuppe, links 3, lang. Und dann haben wir die 14 Mal auch. In Kuppe, Sprung. 60, überwenden. Rechts 5, überwenden. Links 4, lang. Durchsenke. In links 3, überwenden. Rechts 4, überwenden. Links 6, überwenden. Rechts 5, lang. 80, überwenden. Links 6. Rechts 6. In links 5, überwenden. In rechts 6, durchsenke. Links 5, rechts 5, links halb, überwenden. Links 6, durchsenke. In Kuppe, gleich Sprung. 60, links 4, in rechts 2, lang. Überwenden. Kuppe, links 3, durchsenke. Kuppe, rechts 3, durchsenke. Links 6, durchsenke. In rechts 5, überwenden. In links 6. Achtung, links halb, überwenden. Sprung, links 4, in rechts 5, durchsenke. In links 4, überwenden. 80, rechts 4, überwenden. Links 2, macht auf, durchsenke. Kuppe, senke. Rechts 4, überwenden. Rechts 4. In links 4, durchsenke. Achtung, rechts 3, durchsenke. Achtung, ein bisschen konzentrieren gerade, sorry. Dass ich so wenig Quatsch zu stellen werde, äh, in den Datensprüche. Habe ich auch die Kommentare, links halb, überwenden. Ja, die Anlage so verstehen will. Rechts 6, überwenden. 60, links 5, in rechts 4. In 90 Grad rechts, lang. Links 6. Links 3, durchsenke. Links 3, überwenden. Rechts 4, durchsenke. In links 4. Achtung, links 4, überwenden. Rechts 3, durchsenke. Mach zu, 2, kuppe. Links 4, überwenden. 80. Links 4, überwenden. Rechts 3, überwenden. In rechts 4, lang. Durchsenke. Links 5, überwenden. Links 5. Rechts 5, links halb, überwenden. Links 6, durchsenke. In kuppe, vielleicht sprung. 60. Rechts 5, senke. Links 5, lang. Kuppe. In rechts halb, überwenden. Überwenden. Links 6, durchsenke. In rechts 5, überwenden. In links 6. Rechts 4. In links 4, durchsenke. Achtung. Rechts 3, durchsenke. Links 5, 60. Rechts 5, rechts 5, in kehle. Links, lang. Mach auf. In rechts 4. Rechts 4, ab. Rechts 4, ab. In links 5, durchs... In links 5, durchs... In links 5, durchs... Rechts 4, rechts halb, überwenden. Sprung. Links 3, durchsenke. Kuppe. Rechts 3, durchsenke. Kuppe. Links 2, lang. Überwenden. Rechts 4, 150. Achtung. Kuppe. Sprung. In rechts 4, lang. So voll jetzt aufschüss. Kuppe links 4, 60. Rechts 5, überwenden. Links 4, lang. Durchsenke. In links 3, überwenden. Rechts 4, überwenden. Rechts 5, in links. Links 3, durchsenke. 60. Rechts 5, bremmer. Rechts 5, in links. Links 3, durchsenke. 60. Rechts 5, bremmer. Links 6, bremmer. Rechts 5, bremmer. So, geht jetzt in den letzten Abschnitt, liebe Leute. Fertig. In links 6, überwenden. In wenigen Metern. Werde links 5, 60. Rechts 3, durchsenke. In links 6, bremmer. Und ja, geht jetzt in den letzten Teil. Das ist auch zwick, hier mit der Prüfung. Überwenden. Links 5, lang. Links halb. Überwenden. Rechts 6, überwenden. 60. Links 4. In rechts 1. In rechts 5. In links 6, 68. Rechts 4. In links 4, durchsenke. Achtung. Rechts 3, durchsenke. Links 4, überwenden. Rechts 3, überwenden. In rechts 4, lang. Durchsenke. Links 5, überwenden. Bis ziehen. Okay. Bahn zur Fahrt. So, das war der längste Teil. Verrückt. Die 10 Kilometer. Die beiden links 5, kürzer. Thomas Müller fährt auch. Wird auf 2, momentan. Der ist auch überall. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. So. So. Der nächste Teil mit 6 Kilometer Länge und dann nochmal 7,75. Dann haben wir es geschafft. Also zwei Dinge haben wir noch vor uns. Na komm. Du darfst auch laden. Liebes Spiel. Das dauert aber noch einen Moment. So, jetzt. Alter, der hat alles sauber abgeschlossen. Was findest du von mir? Alter, das war doch super sauber gemacht. Ich bin da nichts auf uns zu gehen. Ja, Alter, nämlich. Vielleicht halt 4 Kilometer Kölfer zur letzten. In rechts 5, überwenden. In links 6. Rechts halten, überwenden. Mittig halten, überwenden. Gerade durch Senke. 130. Mittig halten, überwenden. Sprung 60. Kuppe 60. Uuuuh. Rechts 6. Oh, der wollte nochmal, der wollte nochmal. Rechts 6. Gerade durch Senke. Mittig halten, überwenden. Links halten, überwenden. Achtung. Links 4, überwenden. Rechts 3, durch Senke. Wachzug 2, Kuppe. Links 4, überwenden. Achtung. Achtung. Links halten, überwenden. Sprung. Links 4. In rechts 5. Durch Senke. In links 4, überwenden. Links 4, überwenden. Rechts 3, überwenden. In rechts 4. Lang durch Senke. Links 5, überwenden. Achtung. Rechts 4, überwenden. Links 2, lang auf. Durch Senke. Kuppe, Senke. Rechts 4, überwenden. Rechts 4, überwenden. Rechts 5, überwenden. Links 4, lang durch Senke. Oh, ich hab auch mal einen roten Abschnitt. In links 3, überwenden. Rechts 4, überwenden. Links 4. In 4, rechts. In links 5, 60. Rechts 5, 60. Rechts 5, links 5. Ich gefühle aber auch, das Ding mal auf Storber zu fahren. Rechts 5, links halb. Überwenden. Links 6, durchsenke. In Kuppe, vielleicht Sprung. 60. Rechts 6, in links 5, überwenden. In rechts 6, durchsenke. Rechts 6, in links 5, überwenden. In rechts 6, durchsenke. Rechts 4, in links 4, durchsenke. Achtung. Rechts 3, durchsenke. Links 3, durchsenke. Kuppe. Rechts 3, durchsenke. Kuppe. Links 2, lang überwenden. Rechts 4. Rechts 4, überwenden. In links 5, durchsenke. Und Achtung. Rechts 4, rechts halb. Überwenden. Sprung. Achtung. Links halb. Überwenden. Sprung. Links 4, in rechts 5, durchsenke. In links 4, überwenden. Links 3, durchsenke. Links halb. Überwenden. Sprung. In rechts 4, durchsenke. In links 4. Links 5. Rechts 5, links halb. Überwenden. Links 6, durchsenke. In Kuppe, gleich Sprung. 60. Kuppe, 60. Mittig halb. Überwenden. Sprung. 80. Na komm. Rechts 6, links 6. Rechts 6, durchsenke. Rechts 6, durchsenke. Rechts 6, durchsenke. Rechts 6, links 6. Durchsenke. Rechts 6, durchsenke. In rechts 5, überwenden. In links 6, links 6. Du ist er jetzt abstuhl schon. Links 6, Kuppe, 80. Senke. Rechts 6, links 6. Links 3, durchsenke. Links halb. Überwenden. Sprung. In rechts 4, durchsenke. In links 4. Links 3, durchsenke. Kuppe bis Ziel. Dankeschön. So, den Nachricht haben wir schon mal geschafft. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. So. Letzter Abschnitt für heute mit 7,75 Kilometer. Nicht nur mit für heute, sondern für diese Woche auch. Also, die letzte Wertungsprüfung steht heute an. 7,75 Kilometer lang. 55 Meter hoch, festgefahrener Schnee. Ja, 13.06. Das ist eine halbwegs noch eine höftige Zeit zum Fahren. Gut. Auf, auf, liebes Spiel. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile... Ach, ich glaube, ich glaube, ich gebe es mittlerweile nicht fast so oft mit dem Sauberfahren. Ich glaube, wir haben bestimmt immer noch auf 0. Und das noch im vierten Versuch. Also, ich weiß nicht, was er genau will mit Sauber. Nö. Immer noch nicht. Oder? Warte mal. Ich weiß jetzt gerade... Okay, ich habe jetzt... Das war nämlich die Bergung. Aber ist egal. So, letzter Teil. Alles okay. Keine Verzögerung. So, Thomas Müller gibt uns vor mit 6 Minuten fast. Da wollen wir noch einiges runterkommen. 2, 2, 1, Blot. Links 5, lang Kuppe. Da konzentrieren wir zuerst. In rechts. Über Kuppe. 60. Achtung. Links halb. Über Kuppe. Sprung. Links 4. In rechts 5. Durch Senke. In links 4. Über Kuppe. 60. Rechts 4. Kuppe. Links 3. Lang. Über Wend. In Kuppe. Sprung. 60. Über Wend. Links 3. Durch Senke. Kuppe. Rechts 3. Durch Senke. So. Weil die Jagen mal hier schön, dass wir schwedische Schnee. Rechts, links, sechs. Rechts, fünf, überwenden. Links, vier, nach, sechs. So, der Volkspunkt, elf Sekunden. Das ist doch der, der zweiten. Ja, die ist eineinhalb Kilometer länger als die letzte davor. Rechts, vier, durchsäke. Links, halb, überwunden. Sprung. In rechts, vier, durchsäke. In links, vier. Rechts, vier, in links, vier, durchsäke. Achtung! Rechts, drei, durchsäke. Links, drei, durchsäke. Kuppe. Rechts, drei, durchsäke. Kuppe. Links, zwei, nach, überwenden. Rechts, vier. Achtung! Links, halb, überwunden. Sprung. Links, vier, in rechts, fünf, durchsäke. In links, vier, überwunden. Rechts, vier, überwunden. In links, fünf, durchsäke. Und Achtung! Rechts, vier. Rechts, halb, überwunden. Sprung. Rechts, vier, Kuppe. Links, drei, lang, überwenden. In Kuppe. Sprung. 60, überwenden. Links, vier. In kehren, rechts. In links, fünf, 60. Rechts, fünf, 60. Rechts, fünf, 60. Rechts, fünf, senke. Links, fünf, lang, Kuppe. In rechts, halb, überwunden. In rechts, halb, überwunden. 60, rechts, vier. In links, vier, durchsäke. Achtung! Rechts, drei, durchsäke. Rechts, sechs. Links, sechs. Senke, 80, Kuppe. Rechts, sechs. Links, drei, durchsäke. Links, halb, überwunden. Sprung. In rechts, vier, durchsäke. In links, vier. Links, vier. Links, drei, durchsäke. Kuppe. Rechts, drei, durchsäke. Kuppe. Links, zwei, lang, überwenden. Rechts, vier. Rechts, fünf, überwenden. Links, vier, lang, durchsäke. Noch drei Abschütte jetzt. Dann haben wir's. Rechts, vier, überwenden. Links, sechs, durchsäke. In rechts, fünf, überwenden. Dann haben wir's geschafft diese Woche. Rechts, sechs. Rechts, sechs. Links, sechs. Links, sechs. Senke, 80, Kuppe. Rechts, sechs. Rechts, vier, Kuppe. Links, drei, lang, überwenden. In Kuppe. Sprung. 60, überwenden. 60. Achtung! In links halten. Überwenden. Rechts, fünf. Lang, senke. Links, fünf. Achtung, Kuppe. Gleich, Sprung. So hoch, kehre rechts. In rechts, sechs. Links, sechs. Links, sechs. Rechts, fünf. Rechts, fünf, senke. Links, fünf. Lang, Kuppe. Ein bisschen abgekürzt, aber nicht bewuszt, tatsächlich. In rechts halten. Überwenden. 60, links, fünf. Rechts, fünf. Links, sechs. Überwenden. Links, sechs. Durchsäke. In Kuppe. Vielleicht Sprung. 60. Rechts, fünf. Überwenden. Links, vier. Lang, durchsäke. In links, drei. Überwenden. Rechts, vier. Überwenden. Links, drei. Durchsenke. Kuppe. Rechts, drei. Durchsenke. Kuppe. Links, zwei. Lang, überwenden. Rechts, vier. Links, vier. Ein rechts, zwei. Lang, überwenden. Links, drei. Durchsenke. Einmal kurz im Schnee, ein bisschen stiehlen. Ruh, einmal. Rot. Großer Sprung war eigentlich wirklich dabei. Sprung war nicht schnell genug. Wir müssen jetzt auch so schön abfangen gerade, aber wir haben es geschafft, liebe Leute. Ich frage es, ob wir nochmal eine saubere bekommen haben oder leider eher nicht. Aber wir haben es gut gemacht. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Das war wirklich unschlagbar. So. Na, wieder hochladen. Ich hoffe, dass es jetzt auch nicht funktioniert. Aber doch, es klappt. Platz 1, auch im dritten Abschnitt. Ja, wir haben keine einzige saubere, was er da als Kriterium sieht. Oh, mal kurz für die Tiefe, ob sie geht. So, Tiefrückgeschalt, Razor. Und der Meisterschaftsrückblick. Oh, dann spannen sie mal mich. Tiefrückgeschalt, haben wir tatsächlich auch mal geschaltet. Gut, dann gucken wir uns das mal an, was wir hier haben. Oh, wir haben einiges zu tun, sehe ich gerade. Also, wir schaffen es tatsächlich nächste Woche, müssen wir vier Stück, mal sechs Strecken jeweils komplett. Also, das heißt nochmal ein bisschen was mehr. Wir gehen für Zwölf, Tarragona, Pauis und Wärmland zum Abschluss. Zum Start der übernächsten Woche auf jeden Fall. Gut. Und dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und das ist dann am Montag jetzt mal weiter mit der weltweiten Rallye-Weltmeisterschaft. Bis dann und tschüss.